Nigga, Nigga, ich brauche Hilfe in meinem Fahrradstil! Oha, Achtung, dreifache Speichenfraktur. Reifendruck sinkt. Drehzahl unregelmäßig. Wir müssen sofort reparieren. Ähm, alle vorbereiten. 15er Maul, Zetrierständer vorbereiten. Das sieht nicht gut aus. Die Acht ist zu groß. Ich würde, wir müssen transplantieren. Ähm, 28er Reifengruppe, 1,53. Alles klar. Jetzt aber schnell. Wir verlieren ihn. Das grömmste ist geschafft. Jetzt sind sie doch. Jedes Fahrradleben zählt. Dein Fahrrad. em Fahrrad. 2,4H-